Ja, bitte? Hallo, alle zusammen. Wir müssen den Unterricht jetzt mal für einen Moment unterbrechen. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Bitte. Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken, wenn du eine Ahnung hast. Herr Liebenwerder? Mein Sohn klaut nicht. Niemals. Wenn er klaut, riech ihm die Beine. Frau Kuhn, ich hab ein riesiges Problem. Glaubst du es? Den Eltern? Ja, wegen neulich. Haben Sie einen Beweis? Naja, zum Beispiel von Mutter zu Sohn. Darum nochmal, wie kam es dazu, dass wir verdächtigt wurden? Die Eltern haben doch ein Recht darauf zu erfahren, was wirklich passiert ist. Bespitzelung. Denunziation. Für die trägst du auch noch eine Verantwortung. Verleumdung. Rufmord. Ich glaube, wir machen hier gerade einen riesigen Fehler. Vielleicht sind sie auch überfordert. Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer. Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer. Was im Lehrerzimmer. Ich bin Lehrerzimmer. Daher haben Sie zwei Stunden. Daher haben wir im Lehrer, die von der Erwartung, die von der Erwartung wurde. Und da haben wir die ersten Lieblingsgruppen. Daher haben wir die drawers aufgehaktige Wasser.